Kurze Erklärung, wie man QDMI mit ZUSI 3 verbindet. Ihr geht auf Konfiguration, Einstellungen, Sonstiges, Server immer automatisch starten, OK. Konfiguration, Netzwerk, Server starten und hier steht die IP eures Computers. Die tragt ihr in diese Zeile ein. Jetzt drückt ihr noch auf die eingegebene IP-Adresse hier umkreist und zack, habt ihr es mit ZUSI verbunden und ihr könnt eure Fahrt starten.